Wie viele können sich dahinter ein bisschen schön verstecken, Alter? Das ist eine Raketen-Lerva. Das ist ein Kollege. Egal, ich nehm weiter. Weiß, die sind schon hier, die Schweine. Einmal doch auf Chips essen. Der fette Volltrottel hat abgetrunken. Ich weiß nicht, was mit der Verbindung los ist, Wood. Keine Sorge, Mason. Technik-Steel immer verrückt. Was? Wirst du mich ficken? Sie ist schwer verletzten. Jetzt ist sie tot. Wir müssen hinter ihm her. Ich wusste, wir haben den Pferdzug gefahren, aber ich glaube nicht. Dann fad er es an. Hilfe! Hilfe! Ab jetzt atmest du nicht mal mehr, bis wir sorgen, dass es okay ist. Fahr zur Hölle. Schöte. Zur Hölle. Daran wir schauen. Weg! Sie greifen an! Los, Bewegung! Joa, ich weiß was, was du tun, ey. Okay, der Kontrollpunkt ist davon. Gut, hoffentlich wird dieses Arsch auf weiteres Problem von jemand anderem. Ja. Ja. Jetzt spielen wir ihn nicht, weil der Mason stirbt, oder was? Jetzt hab ich's kapiert. Mason stirbt und deswegen spielen wir ihn nicht. Stimmt aber irgendwas nicht. Sirs, ihr Transport ist bereit. Hier entlang, Sir. Ist die wertvolle Fracht doch bei euch? Ja. Aber wer zur Hölle ist ein Ziel Nexus? Was ist wichtiger als ein Ziel falscher Profit? Keine Antwort. Du musst mir Vertrauen lesen. Wirklich. Herz zum Ende. Ich habe zwar Befehle angezweifelt, aber niemals die Motive. Du kümmerst dich um deine Einheit, du bringst die Jungs sicher nach Hause. So ist es, Frank. So ist es einfach nicht. Die Befehlskeit ist am Arsch. Ich bin ein Soldat. Ich kriege Befehle und erledige den Ring. Was ist der Position? Ich bin unterwegs zum Dach des Südgebäudes. Warum ist er schneller als ich? Irland, es ist alles bereit. Niemand darf erfahren, dass ich ihn verraten habe. Ihn? Hudson, wer ist Ziel Nexus? Hudson! Er ist es, Wurz. Ziel Nexus ist Raul Menendez. Hetzt es uns sagen müssen, Hudson. Du hättest es uns sagen müssen. Wir sind bereit. Bringt ihn raus. Sie bringen den Hohensohn raus. Sichtkontakt bestätigt. Ja, zu wahr, Leute, bei der CIA. Beende es jetzt, Wurz. Blas ihm die Rübe weg. Was glotzt du so überheblich? Was zum Teufel ist da los? Was ist denn hier los? Nein, nein, nein. Nein. Mason! Mason! Du, Basta! Fuck! Menendez! Was? When? Ah! Ah! Dein Freund Alex Mason ist tot. Durch deine Hand. Verstehst du warum? Er wollte David töten. Weil du leiden musst, wie ich gelitten habe. Einer stirbt noch. Du? Wurz? Oder David? Entscheide dich. Oder ihr sterbt alle. Wurz, ich kann nicht... Ich habe zwei Kinder. Sie... leck... mich. Tu es. Tu es! Du hast wahrscheinlich vollständiges Fleisch rein, bitte. Dein Leben wird ein einziger großer Verlust sein. Dann, und nur dann wirst du verstehen, was du mir angetan hast. Krass. Du bist. Bitte. Komm zu mir. Dad! Nein! Dad! Okay, Leute. Das ist echt kranker Humor. Du hättest nichts tun können, Frank. Es war nicht deine Schuld. Dein Vater und ich waren die Besten. Und wir konnten ihn nicht stoppen. Die Zeiten ändern sich, alter Mann. Er wird sterben. Alter, leck mich am Arsch, Alter. Das ist mehr als nur Hardcore. Wow. Okay. Ich bin gerade so ein bisschen sprachlos, muss ich sagen. Das ist echt krank, ey. Ich habe zwar nie ein Wort in diesem Spiel verstanden, aber ich verstehe Bilder. Und das waren gerade ziemlich Hardcore-Bilder. Jetzt verstehe ich ein bisschen noch den Hintergrund. Er ist jetzt der Sohn von Mason, den Watson erschossen hat. Und das Arschloch da hat uns verraten. Vermute ich mal, dieser andere Typ da, dieser alte Sack. Ich vermute mal, dass der uns verraten hat. Ich weiß auch nicht, warum er nur plötzlich gesagt hat. Oder er hat uns alle... Nein, er hat uns alle getäuscht. Er dachte, er wäre er. Okay, cool. Okay, ich weiß auch nicht. Ja. Gut, ja, das war's in dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch genauso geflasht, gerade wie mich. Das war gerade so, wow. Ja, ungefähr das war's. So, ich habe auch Verstärkung jetzt bekommen. Demnächst kommt noch ein zweiter Typ, also jetzt ist ein zweiter Typ mit dabei. Der wollte jetzt nur noch sein Aufnahmegerät. Und dann habt ihr zwei Let's Plays am Laufen jeden Tag. Ich hoffe, dass noch ein, zwei weitere Leute dazukommen. Dann geht die Party erst so richtig ab, ey. Gut, ich bedanke mich fürs Zusehen. Man hört und stört sich online. Schau so. Schau so. Bis zum nächsten Mal.